Ja Leute, Auftrag Nummer 2 und zwar bewege dich auf eisigen Oberflächen vor 2500 Meter. Ich empfehle euch auf der Karte ganz genau hier zu landen. Ja Leute, der Auftrag ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach hier auf eisigen Oberflächen gehen, also das hier ist Schnee und das hier ist Eis. So sieht es dann aus. Es gibt es wirklich überall auf der Karte. Also es gibt es hier, es gibt es hier auch eine Linie, hier, hier und so weiter Leute. Ihr müsst einfach auf eisigen Oberflächen gehen, wie die hier und einfach laufen oder auch sprinten. 2500 Meter müsst ihr das machen, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen Leute.